so hi und hallo mal wieder heute öffnen wieder ein paar ganz neue adrenalin xl euro 2016 booster das sind sie nun ich habe hier vier stück vorbereitet wie ihr seht mit zwei verschiedene motiven wenn man genau hinguckt aber die äußere tüte oder verpackung ist uns ja egal wichtig sind ja die karten und was da jetzt drin stecken kann das schauen wir uns natürlich jetzt mal an und auch hier vergesst mein trick nicht wenn ihr die karten länger genießen wollt immer wieder auf pause drücken mannschaftsbild wie ich ja schon bei sammelmappen update gemacht hat unboxing gemacht habe die karten sehen diesmal sehr gut aus interessant alles verschiedene farben oder mehrfarbig ganz wie ihr es sehen wollt und wo ihr die karten natürlich bequem bestellen könnt werde ich immer wieder unter dem video verlinken wir zum beispiel bei das mannschaftsbild sieht sind so schwarz glitzersteine drauf die spielen auch deutschen wieder einmal gut gemacht die karten diesmal gefallen sie mir wirklich richtig gut das mehrfarbige und zwischendurch das glitzernde oder hier das kommt gar nicht so schön rüber über das video aber es sind diesmal wirklich interessante karten so aber nun kommt nun zum letzten booster für heute also schaut immer wieder rein ich werde immer wieder neue booster öffnen und immer unter ein video verlinken wo ihr bequem bestellen könnt und vergesst auch nicht immer wieder auf pause zu drücken dass ihr die karten lange genug genießen könnt so das war nun die letzte karte und ich hoffe ich konnte euch wieder zeigen was da drin stecken kann und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu